Ich habe hier meine neue Baikal MP161K und möchte euch kurz demonstrieren wie diese halbautomatische KK Büchse zu Reinigungszwecken auseinandergenommen wird. Die ersten Schritte sind eigentlich soweit ganz einfach und zwar ich habe mich selbstverständlich vorher schon davon überzeugt, dass die Waffe entladen ist, ist ganz klar. Dazu Verschluss öffnen und Sichtprüfung in die Patronenkammer. Wir beginnen damit, drehen die Waffe rum, entnehmen das Magazin, legen es nebenhin. Dann haben wir hier unten drin im Magazinschacht, leider sieht man das nicht, weil es sehr dunkel da drin ist, haben wir eine Schlitzschraube. Diese müssen wir entsprechend rausdrehen. Die geht in einem ca. 45 Grad Winkel in Schussrichtung geht die rein. Haben wir die rausgedreht, können wir das System vom Unterschaft und der Abzugseinheit bereits trennen. Wir haben hier, sehen wir schon, die Abzugseinheit komplett, wie die hier drin verbaut ist. Gehe ich nachher noch mal ganz kurz drauf ein. Den Schaft legen wir jetzt einfach nebenhin. Um jetzt den Verschlussträger rauszunehmen, müssen wir hier hinten diesen Sicherungsstift rausnehmen. Dazu halten wir diese Endkappe fest. Die hält letzten Endes die Verschlussfeder, also Rückholfeder und die Federführungsstange an Ort und Stelle. So, wir starten mit dem Finger, drücken diesen Stift einfach senkrecht nach oben raus, legen ihn entsprechend nebenhin, halten die Kappe fest und lassen sie langsam rauskommen. Damit haben wir die Endkappe und hier haben wir die Führungsstange samt Rückholfeder. So, jetzt wird das ein ganz klein wenig tricky. Das habe ich noch selber auch noch nicht getan. Wir schieben den Verschlussträger ganz in die rückwärtige Position. Da sehen wir auch hier diese, diese zwei Öffnungen und halten ihn dort letzten Endes so ein bisschen an Ort und Stelle. Wir sehen hier hinten einen Stift, den müssen wir rein drücken, um den Ladehebel entsprechend rausnehmen zu können. Ein bisschen Platzmangel hier drin. Damit haben wir den Verschluss, den Charginghebel, den Ladehebel ebenfalls rausgenommen. und können damit den Verschlussträger ebenfalls entnehmen. Damit haben wir im Großen und Ganzen diese Büchse so weit zerlegt, dass zum Beispiel auch der Lauf gereinigt werden kann. Geht eigentlich relativ easy von der Hand, muss man sagen. Ich empfehle jedem, der sich eine Büchse kauft, egal ob neu oder alt, diese immer mal, bevor sie auf dem Schießstand ausgeführt wird, komplett zu zerlegen, soweit dies geht. Und sauber zu machen. Altes Öl vom Hersteller entsprechend zu entfernen. Man weiß nicht, wie lange dieses Öl schon drin ist. Nicht, dass es schlechter ist oder wie auch immer. Einfach nur dieses Öl entsprechend entfernen und durch neues frisches Öl, Schmiermittel, whatever, einfach zu ersetzen. Ich habe das ja bereits im Vorfeld schon getan. Habe auch den Lauf schon mal, zumindest mal mit dem Bohrblitz, soweit eigentlich durchgezogen, dass der Lauf auch entsprechend von Werksmunition etc. befreit wurde. Auch nochmal hier das Systemgehäuse auch sauber machen. Wie gesagt, es bietet sich immer an, wenn das Ding schon mal auseinander ist, es tatsächlich auch mal richtiggehend sauber zu machen, damit man auch sehen kann, dass alles soweit in Ordnung ist bei der Waffe. So, wir nehmen dann, um sie wieder zusammenzusetzen, nehmen wir ein wenig Öl, wie gehabt. Wir drehen das Ding jetzt ganz einfach mal ein bisschen hier in Position. So, ich nehme heute mal für die Innereien das Keramiköl von Ostermeyer. Da bedarf es nun wirklich nicht viel hiervon. Ich lege mal einen kleinen Lappen hier noch mit da hin. Hier geht es ja nur darum, dass wir hier den Verschlussträger entsprechend schön gleitfähig machen. Und darauf achten, dass kein Öl in den Schlagbolzenkanal gelangt. So, dann kommt der Verschlussträger wieder in das Systemgehäuse. Wir gucken, dass die Öffnungen etc. alle soweit aufgereiht sind. So, dann haben wir hier im Ladehebel haben wir eine Nut. Die geht hier unten rein. Da sieht man, da ist so ein Stift. Das muss entsprechend da rein. Und dann müssen wir diesen Stift müssen wir jetzt rein drücken, damit der Ladehebel nach unten rutschen kann. Ups, das war nichts. So, am besten auch mit ein bisschen Druck. Genau. So, jetzt sitzt er. Und wir sehen, er bewegt sich wieder wunderbar seidenweich. Zum Zusammensetzen schieben wir dann den Verschlussträger ganz nach vorne. Nehmen die Federführungsstange samt Feder und setzen die schon mal auf die Kappe hinten in das entsprechende Loch mit rein. Die Feder ebenfalls mit aufziehen und führen dann diese Kombination von hinten entsprechend in das Verschlussgehäuse ein. Halten den Deckel fest und gucken dann, dass der Deckel durch den Stift wieder fixiert wird. Schon haben wir das Verschlussgehäuse wieder sauber eingesetzt. Ja, wir gucken dann, dass es auch nicht funktioniert, dass er sich nichts verdreht hat, verkantet hat. Wie auch immer. Die Feder sitzt wunderbar hier drin. So, damit haben wir das Verschlussgehäuse wieder entsprechend zusammengesetzt. Und das geht eigentlich in meinen Augen relativ einfach von der Hand. Auf jeden Fall einfacher als bei meiner alten Anschütz, wo das mit der Feder schon ein ganz klein wenig hakelig gewesen ist. Wie eingangs erwähnt, hier jetzt nochmal der Hinterschaft mit der entsprechenden Abzugseinheit. So, hier haben wir den innenliegenden Hammer und die gesamte restliche Abzugsmechanik von hier hinten raus. Auch diese kann man durch lösen aller Schrauben entsprechend rausnehmen. Das ist aber etwas, was ich definitiv nicht machen werde. So, was man aber sehen kann, ist, wir sehen, wie die Mechanik hier drin funktioniert. Das heißt, wir haben hier unsere Fangklinke. Wir haben hier den Hammer und wir sehen, wenn wir den Abzug betätigen, rutscht dieser da unten entsprechend raus und der Schuss wird ausgelöst. Eigentlich eine ziemlich einfache Technik und ich denke mal, da könnte man bestimmt auch hier und da das ein oder andere Tuning machen, damit eben ein bisschen weniger von dem Kratzen im Abzug drin ist. Jetzt sieht man das denn. Ja, also man sieht, das ist schon ein Millimeter Bewegungsspielraum, was da drin ist, was man denke ich mal durchaus ein bisschen besser machen könnte. So, zum Zusammensetzen nehmen wir dann den Hinterschaft und setzen ihn schräg, setzen ihn von hinten aus beginnend schräg auf. Ich muss mir jetzt ein ganz klein wenig friemeln. Jetzt. So, drehen sie wieder auf den Kopf und drehen dann die Schlittschraube, die ich eingangs erwähnt habe. So, nachdem wir dann den Hinterschaft auf den Vorderschaft wieder aufgesetzt haben, drehen wir diese Schlittschraube wieder entsprechend rein. Drehen sie mit Gefühl entsprechend fest. Checken noch mal die Funktion. Durchladen funktioniert. Ich weiß, nicht trocken abschlagen. Aber wir müssen ja gucken, dass sie wieder funktioniert. So, und damit haben wir die Baikal einmal auseinander und wieder zusammengesetzt. Zum Beispiel zum Putzen. Dann kann auch die Zieloptik wieder drauf. Hier das UTG 4.3 und schon sind wir fertig. Damit wurde die Baikal einmal auseinander und wieder zusammengesetzt. Zum Beispiel zu Reinigungszwecken.